Ey, das waren die 7.000 oder 10.000? Ja, okay. Ich würd sagen, ist... Ja, komm. Oh Gott, siehst du das geil aus dem Sinn zu übernehmen. Süß. Dann läuft da so ein Manga-Gölbe, der Knarre auf dich zog. Was habt ihr für Gegenstände? Krasse Gegenstände. Ja, wir haben ein sickes Zeug. Kommt dir da gegen meinen ECM-Störsender an? Oder meine Shimano-Pistole mit Schalldämpfer? Komm, nimm an. Den Plan, oder machen wir alles kaputt? Alles kaputt machen. Alles kaputt machen wir alles, ja. Der von uns ist ein Wolf, bin ich das nicht? Wer war das noch mal? Hallo! Hallo, Günsch! Warte mal, ich war auf dem Desktop. Ich weiß gar nicht, ob ich ne Weste an... Ich muss schon die Masken aufziehen. Gleich erst. Können wir gleich noch drüben. Jetzt schon. Ich bin entdeckt. Entdeckt? Ja, ne, jetzt will wir bei allen stehen, oder ne? Wir teilen uns ein bisschen in der Ball, aber wir gleich rumlieren. Ach du Scheiße, ah fuck! Ja, okay, jetzt gehen wir, hauen wir verkacken. Ich bin auch in 6. Hehehe. Double tap. Wachen wir jetzt. Hehehe. Alles kaputt hauen. Das Spiel ist doch so sündlos, Alter. Ganz ehrlich, ey. Ja, diese Mission ist vielleicht ein bisschen... Ich hab 28.000 geklaut. Ich hab auch 24. Das ist viel. Geld. Ach, die konnte man auch pageren. Oh. Ihr müsst die ganzen Kassen ausnehmen, da gibt's Geld. Ja, ich bin grad dabei. Oh, ihr ist uns safe. Herzlich sie fit an, dann springen wir in den Safer. Ich hab den Döhler angepackt. Das ist so dumm, ne? Manchmal sind's da Sales und manchmal nicht. Das ist so einfach nur... Ach. Das ist random generiert. Ist voll gut. Ey, wenn ich jetzt ein Zwischen abknalle, ne? Krieg ich da auch minus Geld, oder was das? Ja, deswegen lässt es. Ey, Tan, ja geh mal da rein, dahinter ist ein Safe. Boah, ein Spawn, oder was? Boah, ein Spawn, oder was? Ja, noch mehr geil. Hallo Du siehst so scheiße aus Hör los Leute zu schreien und killen ein paar Kops Ich schieße in die Hüte vom Kopf ey Hör los Hör nicht Schieß lieber welche ab ey Das ist Serious Business hier Serious Business Die kommen ja schon hier, ah es bleibt von oben ey 20.000 Zwei Minuten noch Du wirst alles verlegen was ihr findet Scheiß Oh Gott sind hier viele Sniper Ja ich bin da echt braun man Auch nicht zu damage Oh Gott da oben ist einer Ne was genau bringst du den Geisel, was ist das genau? Dass du äh Kannst du Leute ein wechseln, kannst du tauschen Leute tauschen? Ja wenn du gefangen genommen wirst, kannst du Dein Kumpel tauschen gegen ne Geisel Kannst dein Kumpel tauschen, also der jetzt auf dem Boden liegt Nein, wenn er festgenommen wurde Geisel Austausch Wird denn der festgenommen? Ja wenn du gepackt wirst Ja wenn du gepackt wirst Aber wie hast du ihn gepackt? Ich hätte ihn gepackt nie Also Wenn du K.O. bist und nicht rechtfertig Wiederbelebt wirst Dann bist du Scheiß Geisel ey Du siehst so kackt aus mit ihm Ach so, so ist das Ach so, ich dachte du bist dann endlich tot hab ich gedacht Du bist dann nicht endlich tot, ne? Okay Ja wer hat das Spiel eine Geisel getötet? Ey ihr habt meine Geisel getötet ihr Wichser Ey ich bin K.O. hier sind zu viele Ach du Scheiße Wer killt euch denn alle? Ja hier man, ist der ganze Schaf von Quops ist hier Hier Gönch Gönch Ja ich kann nicht alle, glättere dich Hier Ich werde ihn gefangen genommen in 15 Sekunden Ich werde es auf dich überleben Hilf mir Wie scheiß auf mich Mach er Sein schon Ich mach das schon David, schieß Schieß lieber Gibt's hier äh Gibt's hier äh Frag die 5, ist hier auch? Nein Nicht? Langweilig Oh sind da viele Ach du Only 30 Sekunden left and I'm there No way to be ready Nein Don't die Ja Ich hab hier voll das Räuberfeeling hab ich hier Ich hab hier extra Geld, weil ich dich wieder belebe Nö Wo mach ich das denn dann? Äh Der Bohrer? Der Bohrer oben in Ecke der Valleja Also der Raum Oh Gott ich kann mal dann aus dem scheiß Keller raus Ach du Scheiße Geh die Leute nach oben Geh die Leute nach oben Jo kommt her Ich mach'n Sniper Das haben wir jetzt schon geschafft oder was? Ja Sniper hab ich erledigt Hilfe ich lieg' auf dem Boden Hilfe Wo denn? Wo? Unter euch unten Die Herten oder nicht? Oh Gott Halt's Maul Halt's Maul Wichser Wir haben keine Zeit Wir haben nur noch eine Minute Noch eine Minute? Ja ich Ich komm' ja schon Gott wie viele Ja lass' abhauen ey komm Ey wenn ich Päs hab lieg' ich hier gleich auch rum Gott Rein in den Kreis Rein in den Kreis Wow Das ist ja voll das Feeling in game Wie so'n richtiger Räuber Wie so'n richtiger Räuber Wie ich mich schon gleich ähm Gassentäter hier Und Money Und Money Money will be good You have done favor Spasiba Oh Ich hab' ne neue Waffe Okay Eine Flinte kann ich mir kaufen Hätt' ich auch wieder ein Kettchen Wann musst du denn schon Level 8? Links mit oder rechts? Du Maske Bitch Heizähne 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 Green Tragedy Ist das teuer Alter Willi war zwar eine Kackmaske Was ist die geil? Ja die kann ich mir alle nicht leisten Ey viel äh Dollars habt ihr so Dollars? Wer verkauft Und ich noch Geld für Skills Ist die AK besser oder Die Amt K Siehst du an den Stats Was? Äh Ja such mal was ordentliches Ja Moment Ich mach eben noch meine Primary Weapon Noch eben ne Ach Hier hab ich gar keinen Titan Star Schade Schade Ich will ne Bekaufen die ich schon besitze Oder nein? So Oder nein? Ja oder nein? Ja Ja ich bin fertig Bock auf Bank Oder was soll man machen? Ja Ja Hehehe Hehehe Das hast du Hehehe Hehehe Warte Mike Für ne Klops Maske Was ist das denn? Das ist ne coole Maske Hehehe Echt so wie so ne Tumormaske Mike Hehehe Hehehe Du willst mir schon sagen Was ich spielen wollte ne? Hehehe Ey könnt ihr eigentlich Die Maske von mir in Farbe sehen? Könnt ihr das? In lila und so? Ja Die Haare Cool ey Ist das geändert? Ne Das war schon mal dran so Ich dachte ihr könnt das nicht sehen Weil ich seh euch ja immer nur dunkel oder so Also ready? Jo Warte Moment Was hast du genommen? Ich hab einen längeren genommen Mit drei Tagen wieder Brandsteiner Ok Was heisst du bis jetzt drei Tage Drei Tage Sonst hast du drei einzelne Missionen Wovon eine meistens flucht ist oder so Ich will deine Maske Sieht mal N scheiße aus Genauso wie meine Ich kann aber gar die Farbe nicht wirklich ändern Musst du wahrscheinlich erst freischalten Musst du nur die äh die äh Die äh Die Talis aus mit der Smiley Maske ne? Ich hab die geilste Maske Ich hab die Zombie Maske Ja komm Ja komm Was machen wir jetzt genau? Ich finde das Spiel macht richtig Bock Was spielen wir jetzt genau? Firestarter Was ist das? Brandstifter Was ist das? Ich mach mir wieder Hab ich noch nicht gespielt Was ist das? Du kannst sieben Tage jetzt wieder machen Was sind das für Missionen, ey? Ultramissionen kommen denn Was für Missionen? Was vom Klauen müssen wir jetzt? Ihr werdet nicht versauert Ich hab's noch nie gemacht Ich hab's noch nie gemacht Ich hab mal nur ein Tag gemacht Dann nicht ähm Nicht wild rumschießen Gezielt Erstmal die Waffen fänden Cut these fans Ich bin okay Au Ganz sneaky hier Durch den Zaun hier Du darfst doch nicht so vor Mike Du sollst sneaky sein Ey Mike, gehst du schnell Hey Mike, gehst du schnell Verrät's uns noch Ey, was soll ich jetzt schieße? Lass es Lass es Hör du uns dann? Direkt vor dir ist ne Wache Mike Ich seh keinen Ohhhh Oh Gott Haben's gesehen? Ja, haben's alle gesehen jetzt Mich aber nicht Haha, ich mich hab noch nicht gesehen Ja nochmal, können wir gleich nochmal von vorne machen, oder nicht? Es ist doch kein Alarm, es ist sowieso so, dass wir's nicht sinken machen können hier Polizei kommt doch schon Sind das alles hier wachen? Oder gibt's die Zivilisten? Geh zu den Ding Oben Da stand doch eh Ey, da stand doch eh sneaky Ist ne Option Also, ist ne Option Sondern, no Option Hier, ihr müsst die Waffen aufnehmen Die in den Quarteen-Dinger drin sind Was ist denn hier? Da sind die Ihr müsst hier an den Dinger ins Ey, ihr müsst hier Drills anbringen An den LKWs Wo sind die Dinger hier? Mit keine Waffen Die sind in so Kisten drin In so diesen, äh, Plastik-Schwarzen Wo sind hier Drills? Dann mach ich die dran Ich hab das geskillt eigentlich Da oben welche oder so? Oder nur unten? Ja, hier oben ist doch eine Hier oben ist doch eine Oh Ja, ich komm Hier Ich hab da auch eine Die ist zu, weil ich kann nicht öffnen Ja, da hinten da Ich werde sie auch öffnen Ja, ich kann die aber nicht Die eine nicht vorne, die geht nicht Doch, du musst länger Du musst... Hold F steht da auch Die da auch? Guck mal, die da vorne Rechts von dem Eint Guck mal Die da Die ganze Liga öffnen zum Beispiel Ja Boah, die bringe nicht viel Kohle, die, äh, die... Die... Und... Offen ist sie Tatsache, das ist echt geöffnet So ein Profi, ey Ein Bild ist kaputt Ey, wo krieg ich denn die Waffen her? Scheiße Ich brauch... Ich brauch mehr Waffen Du kannst nur eine... Eine Packung Waffen tragen Hier ist es noch eine Ich hab noch keine Tank hier Hier unten auf dem Boden Ja Ich cover euch, wenn ihr rauskommt Ey, wieso kriegt's nicht? Da sind voll viele Bullen draußen Soll ich jetzt mit dem Wagen hinrennen? Oder wie? Mach die Bohren aber nur hin, ne? Ey, erstmal die Bullen töten, bis die Welle vorbei ist Sonst kommt ihr da niemals Leben raus Seid ihr könnt hinrausgehen Na, sorry Jungs, ich bin der Bohrmeister Bin mir voll das Schlachtfeld hier draußen, ey Ja, Mann Ey, da kommt einer mit Schild, ne? Da ist einer mit Schild Zwei sind mit Schild, zwei Ey Dann brauchen die Drills Dann brauchen die Drills Ich leg die Waffe ab hier Äh, der hier ist kaputt Scheiße Hat gar keiner dran gedacht hier Woran? Der Bohrer, der ist grad ausgegangen Ich bin da rangegangen Ich hab doch... Gedrückt halten Hab ich doch Oh! Wir sind zwei mit Schild Ey Mach den mal hier Erleg dich mal die beiden mit Schild hier unten Dabei Ok, gut Ich mach den Bohrer wieder an Deft mich mal Ey, ich hab die Ladung da unten auf den Boden geworfen Oh fuck Ich mach die doch nicht mitten da hin Wenn, dann schmeiß die hier in die Ecke Ey, was, wir können hier raus? Schmeiß die hier in die Ecke, dann kannst du rennen und so Mit, mit der Tasche kannst du nicht Aber warum, wir müssen doch da weg tragen oder nicht? Mach den anderen Bohrer an Wenn du hier den Bohrer siehst, dann aktivier den Aha! Ich brauch Muni Ey, wir müssen doch die Waffen dann hinbringen oder nicht? Oder ist doch gleich Oder ist das nicht wichtig jetzt? Hast du ne Muni-Bag, Mike? Ja, hier und auf dem Boden Noch 40 Sekunden, 50 Sekunden Oh Warte, wer Gold wird, oder? Alter, das ist voll das... Mann, voll die Schlachtrufen, ey Boah Boah Blöd, Mann Wenn man die Kackenmauer alles wegmacht Ey, was ist denn... Was ist denn... Kack ist richtig am Dampf da draußen, ey Ja, ich muss die Munition einsammeln, okay? Ey, ich muss die Munition einsammeln, okay? Ey, ich samm die Munition ein Weck mich! Ja geil, ich hab mir das denn geschafft, das kommt hier an die Tasche nicht mehr ran, oder was? Boah Boah Alter, drum Ach du Scheiße Gott, ich bin so langsam mit dieser Scheiß Tasche Ah, da sind noch mehr Waffen drin, oder was? Ja, richtig viele Oh mein Gott, was bringt das das denn? Ich weiß... Jede Tasche bringt uns 70.000 Ihr nehmt so viele Taschen mit, die ihr könnt und lauft mit hinterher, zurück zum Van Get in the car, no time to explain Wer hat denn die Tasche dahinter versteckt, blöd oder so? Kannst du halt einfach so, dann muss ich hier nebenhocken Was für ein versteckte, da sind die Experten hier Ey, ich schmeiße das ganze Zeug hier, ne? Ich ran wieder rein, ich hol die ganzen Taschen Ich schmeiße die da beim Zaun hin, ne? Ihr müsst dann die nur wieder aufholen Ab, abholen William, willst du nicht mit der Tasche weg? Ja, ich bin doch grad schon auf dem Weg, weil man lange so wie die Schildkröte hält Wo ist die hingeworfen? Wie komm ich denn hier hoch? Ich hab sie schon, ich hab sie schon Ja, wie komm ich hier hoch? Eine Tasche liegt da noch Ein, ein Koffer Alter, da bin ich langsam, was ist das in der Tasche, alter? Oh kacke, wo ist das alt? Oh, ist da viel! Oh! Ich hab die Tasche abgeschmissen Da sind zu viele Ich brauch Backup! Hä, ich werd abgeschossen Mach, ich brauch man Film ab, Mike Was? Was? Das ist irgendwie so ein Koffer, der uns abknallt in dem Zeil Was? 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 Was?